Hallo Leute und willkommen zurück zu HWs Neue Augen mit einem neuen Rätsel hier von den Steinplatten, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Ach ja Leute, was soll ich tun? Kannst du jetzt nicht... Nee, mach mal hier das Buch nochmal auf. Die Stein... Was hast du denn da? Blablabla, komm. Aha. So. Das sind zumindest aber das... Ich bin darum... Ja, aber die... So ist das... Das ganze Gequassel immer. So, darf ich jetzt? Gut. Kann ich jetzt hier eigentlich... Ah. Ah. Okay. Skip werde ich nicht machen. Was ist das? Buch zuschlagen oder doch? Tutorial. Da muss ich aufpassen. Nicht, dass da wieder was kommt. Oder? Darf ich das jetzt anklicken? Ich mache mal erstmal das hier. Als das Mutterschiff schließe... Also erstmal versuchen alleine. Als das Mutterschiff schließe... Blablabla. Hernach muss nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegen. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfernommens war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren. Die Grabkammer links von einem Wendehalslöwen, das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlösser lag. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Jetzt haben wir aber hier irgendwie so eine... Vier verschiedene. Was ist denn, wenn ich das jetzt mache? Achso. Das wählt dann das sozusagen aus, was daneben ist. Aha. Ich muss aber auch gar nichts nehmen? Oder muss ich was nehmen? Muss ich jetzt hier was nehmen? Oder hätte ich jetzt nicht alles anklicken dürfen? Hm. Okay. Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier dieses... Wir haben hier so ein Dachs. Ein Kreuz. Ein Schlüssel. Das ist der Löwe. Der direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlösser. Das ist wahrscheinlich dann dieses Kleeblatt-Ding. Kleeschweinschlösser ist das hier. Und das sind die Festen. An denen muss man sich auch irgendwie orientieren können, weil die sind ja fest, oder? Also deswegen... Hm. Okay. Der Schlangenzungen-Bären-Orden. Schlangenzungen-Bären-Orden. Hm. Das ist der Schlangenzungen-Bären-Orden, nehme ich mal an. Bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Hier ist ja das Feste. Das verärgerte zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzeulen. So, mache ich jetzt hier oben eine Eule? Komm. Da ist die Eule. Ähm. Das muss einem ja auch nochmal hier helfen. Also das soll dann da drunter sein? Warte mal, nee, warte mal, das ist ja auch da. Stimmt. Das soll da drunter sein, dann soll da die Eule hin. Aber hier geht ja nicht, weil das schon ist. Das ist ja auch fest. Äh. Der und da drunter. Der Schlangenzungen-Bären-Orden bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs der urnenförmigen Holzeulen, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatten. Aber schließlich setzen sich die Schlangenzungen-Bären durch. Aha. Heißt das, die sollen da doch wieder hin? Weil jetzt kommt dann keine Eule, die jetzt hätte kommen wollen, aber stattdessen nehmen wir doch das. Ich weiß es noch nicht. Ähm. Unter großem Protest platzierten die Klee-Schweinschlosser. Äh. Also die oder ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung in Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier des Wendehalslöwen-Mosaik eingepasst werden musste. Also wieder unter ihm hier. Weil da drunter. Aber das soll... Ja. Okay. Oder sollen jetzt hier doch die Eulen? Weil hier die Eule angezeigt wird. Ich mach mal hier die Eule. Ich mach das mal so, wie hier das gesagt wird, was ich machen soll. So. Das ist da, aber das würde wieder dazu nicht passen. Und... Hab ich die ändern? Ja, nein. Ja, dann machen wir mal die Position. Ich geh mal wieder hier am Anfang die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren. Der Wendehalslöwen. Ja, und ja, ne? Äh, kommen hier die komischen... Ne? Ja, genau. Hm. Klar. Das verstehe ich gut. Wie sieht's aus einem Tutorial? Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die Position der geheimen Grabkammer zu bestimmen. Ähm. Habt ihr das direkt alle verstanden? Ja? Also, ich muss sowas mehrmals, glaube ich, hören. Sorry. Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die Position der geheimen Grabkammer zu bestimmen. Soll ich das jetzt aber hier machen? Oder? Ja. Nein, 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 nein. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Nun dann. Ja, klar. Haha. Nein, 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 nein. War irgendwas? War irgendwas? Habe ich aus Versehen irgendwie einen Tipp bekommen oder so? Und ein bisschen mich gespoilert? Nein. Nein, nein, wir wollten das Riesel zu Lamm lösen und das machen wir auf jeden Fall noch. Ja, es ist alles nur einen Klick entfernt und zack, äh, hat man hier alles sich versaut. Toll, oder? So blöd. Was hast du denn? Zeit? Nano? Aha. Ja, Frank. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger... Ja, aber die Seite... So ist das Buch für mich... Es sei denn... Klicke niemals auf Skip. Auch wenn hier steht... Okay, ich check's jetzt erst. Ich dachte, Skip ist Buch zuschlagen. Genau hingucken, Alex. Ist ganz toll gemacht. Geht aber auch echt schnell hier. Also sowas wie Lösung oder so. Wäre mir lieber, wenn das da stehen wird und nicht Skip. Aber gut. Wo war ich stehen geblieben, als das Mutterschrift nicht sich abgenommen kann? Und die so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war. Das muss ich natürlich auch bedenken, dass man die Wappen der Vierordensgemeinschaft lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte gar in einem Quadranten dasselbe Symbol. Was ja hier dann auch nicht der Fall ist. Es darf ja aber auch nicht nicht mal in der Spalte sein oder auch nicht in der Reihe. Oh, ha. Und dann hat er ja irgendwas gesagt hier mit dem Tutorial nur rechte Seite. Heißt, es soll mich nur erst mal darum hier kümmern? Hm. Na gut. Dann nochmal. Weil das mit Zeil und Spalt habe ich jetzt gar nicht mitbedacht. Die Grabkammer links von einem Wappen, also danach muss die Position der geheimen Grabkammer festgelegen. Aufgrund einer statischen Aluminium war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren. Also hier irgendwie gar nicht, dass direkt unter dem Wappen der Klee-Schweinschlosser lag. Aber warum da drunter? Das ist doch da drüber. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Ja, und was soll dann da immer hin? Muss ich jetzt einfach nur irgendwas hier nehmen? Hm, also ich... Da und da soll da jetzt was hin? So. Der Schlangenzungen-Bären-Ohren bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das veräugerte zwar die Botschaft der unförmigen Holzeulen, könnte man ja hier könnte man ja eine Eule hinpacken, oder? Die ist nicht in der Zeile, nicht in der Spalte und auch noch nicht in einem Quadrat. Ähm... Aber schließlich setzen sich die Schlangenzungen-Bären durch. Heißt das, die kommen nochmal? Nee, darf es ja nicht, weil wiederholt und so. Nö. Unter großem Protest platzierten die Klee-Schwein-Schlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung in Kauf nehmen. Die Frage ist auch immer... Also was mich irritiert, sind immer die Pfeile nach unten und nach rechts, weil wenn ich das jetzt wieder alles irgendwie völlig verkehrt rum verstehe, dann... Ja, dann wird's schön. Dann blick ich nicht durch. Tue ich wahrscheinlich jetzt auch schon nicht. Ich probiere hier noch raus, rum. So wie ihr das wahrscheinlich auch tun würdet. Na gut. Tja. Soll ich dann links davon... Weil das hier kann ich ja nicht ändern. Ich kann ja den hier ändern. Also links von dem sowas hin und da geht's ja nicht. Ne. Hm. Okay. Rechts von der Grabkammer mussten überdies noch die Demütigung in Kauf nehmen, dass es am Leben damit direkt unter einem weiteren Wappentier der Wende als Löwenmosaik eingepasst werden musste. Ja, ich könnte natürlich hier auch noch den neuen Löwen nehmen. Der wäre dann auch noch nicht in der Reihe und Spalte und überhaupt. Die Wende als Löwen. Na, dann mussten noch die Position der Garten von einem Wappen der Wende als Löwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Klee-Schweinenschlüssel lag. Also mussten sie irgendwo rechts davon platziert werden. Ähm. Aber ich weiß nicht, was da hin soll. Das irritiert mich so ein bisschen. Da muss doch noch was hin. Oder nicht? Oder soll man einfach so ein bisschen raten? Ist das hier so... Das ist halt der Anfang. Und dann meinte der Frank ja, der Rest fehlt aber. Aber allein der Anfang ist ja wohl mal total knipfeligo. Äh. Und wenn ich jetzt einfach mal so pauschal mache, weil nach Gefühl, was hatten wir noch nicht und so. Dann hätten wir das das da auch noch nicht. Das darf ich da auch nicht. Das darf ich dann nicht mehr nehmen. Nochmal. Ähm. Das wäre dann auch nochmal dasselbe Symbol. Darf ich auch nicht nehmen. Ich könnte den Wende-Hals-Löwen nochmal nehmen. Ne, darf ich gar nicht, weil dann ist es ein Quadrant. Doppelt. Eule. auch nicht. Äh. Hier könnte ich den Löwen, aber doch, den Löwen darf ich hier wieder nehmen. Ne, weil dann ist es auch dieselbe Reihe. Oh Gott. Ähm. Eule geht nicht, Löwe geht nicht. Geht denn diese Dings? Nein, auch nicht, weil das ja hier drinnen auch nochmal vorkommt. und das natürlich auch nicht. Da kann ich doch gar nichts nehmen. Äh. Was haben wir noch? Eule geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht auch nicht. Hier könnte ich den Löwen wieder nehmen, glaube ich. Hoffe ich. Und hier dürfte ich das Vieh, glaube ich, auch wieder nehmen. Nein, weil das ist ja auch dieselbe Reihe. Geht ja gar nicht. Das darf ich auch nicht nehmen, den darf ich nicht nehmen. Die Eule darf ich auch nicht nehmen. Hm. Was ist denn, wenn ich jetzt die Echse wegnehmen kann? Also, was ist denn, wenn ich die zum Beispiel hier nehme? Dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten oder so. vielleicht? Hm. Ja, man kann sich ja definitiv schon mal irgendwie an den, an den, an den richtigen Orientieren, also an den festen orientieren. Das ist ja schon eine kleine, also es hilft mir gerade mehr als der Text hier, der verwirbt mich nur. Aber irgendwie müsste das doch auch logisch gehen, dass man dann hier das hat, da drunter kommt der Löwe und rechts davon, ne, könnte man das so vielleicht machen, wenn ich jetzt hier den Löwe nehme und hier, vielleicht ist das ja so gemeint, da kommt das. Dann kommt der Löwe und dann soll man sagen, was davon kommt. das direkt unter dem Wappen der Klee-Schwein-Schlosser. Direkt da drunter der Klee-Schwein-Schlosser. eingesetzt und mir nochmal den Tutorial-Typ mal angehört und der meinte ja, dass man nach dem ersten Hinweis gehen soll und das war ja der Text hier oben. Also habe ich gedacht, gut, ich lasse das mal wirklich erstmal aus der Acht und mache es wie er sagt und kümmere mich nur um das hier und fülle erstmal alles aus, sodass nichts in derselben Spalte und Reihe vorkommt. Jetzt ist das hier auch so alles inaktiv gerade geworden. Also so habe ich das jetzt erstmal eingesetzt und ich überprüfe das gerade nochmal, ob jetzt irgendwas doppelt war. Auf jeden Fall sind die Platten jetzt drin und jetzt kann ich hier irgendwas machen. Aber was? Jetzt kann ich das da reinpacken? Warum kann ich das jetzt da nehmen? Das ist ja merkwürdig. Huch, jetzt kann ich das überprüfen wahrscheinlich, ob das so stimmt oder so. Kommt das vielleicht hier vor? Ja, da. Aha. Und dann habe ich hier dieses Schlangen-Echsen-Vieh mit dem, mit dem, mit der Eule. Da. Nee, da oben meine. Hä? Oder so? Habe ich das noch irgendwo? Ja, hier hätte ich das auch. Okay, ich packe es aber mal da hin. Ich kapiere das hier noch gerade nicht. Und dann übereinstimmend, Löwe und das. So, geht man hier runter und geht da hin und da hin und irgendwo hier bei Eule bei Eule und der Echse. Da müsste dann, also ich sage jetzt Schlangen-Zungen-Vieh, da müsste das dann sein? Hier irgendwo? Achso, und dann wollte ich noch gesagt haben mit den Vierecken. Ich habe immer ja gedacht, am Anfang jetzt mit den, das darf hier in dem Viereck auch nicht vorkommen, so Löwe und Löwe, weil das ja auch ein Viereck ist, aber ich glaube, man muss einfach nur das dieser einzelnen Quadranten hier nehmen und nicht das in der Mitte auch als Quadrant sehen. So, weißt du? So, hm. Aber das fand ich halt umso schwieriger. Deswegen habe ich immer gedacht, hier darf ich keine Eule hinsetzen, wenn hier auch eine Eule ist. So, und ich weiß nicht, hier bei Eule und was da wird es sein oder nicht? Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich bohre lieber auf gut Glück weiter. Wie jetzt? Was soll das denn? Hallo? Kannst du mal bitte... Was hast du denn da? Seid mal her. Willst du mich veräppeln? Aha. Mal. Hm. Aber ich darf... Ja, du großer Rätseler. Lass mich mal... Äh, aber anschein... Warte mal, aber guck mal. Das ist ja noch da. Habe ich das vielleicht nur falsch eingesetzt? Ja. Ja, das muss es sein. Ich habe das Rätsel gelöst. Ja, du, du... Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Voll fies. Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lily endlich Garrett aus der Reserve locken. Lily kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow. Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Tom Hanks Doppelkinn. Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch... ein Schwert. Ein echtes Templerschwert. Ich werde verrückt. Mann, das sitzt aber fest. Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragenes Teil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lily war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritten an. Herrliche, willkommene Stelle. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Ja. Aber ich hab das Rätsel gelöst. Ganz alleine sozusagen. Braucht er nur ein bisschen Zeit. Oh, ist das toll. Ich hab das Ritter schwert. Und was ist mit ihm? Er ist tot. Irgendwie zersplattern hier alle immer, ne? Und da sind dann wieder diese kleinen Genome, die das Blut wegmalen. Schön. Schön. Frank war etwas übermütig. Das Kreuz ist umgefallen. Hat Frank mitgenommen. Ja, ich mach nochmal hier den hier. Aber da ist, glaube ich, nichts mehr. Was ist denn jetzt mit der Halterung? Können wir ihn mal einsperren hier jetzt? Hm? Lily? Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lily einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett im Beichtstuhl einzusperren, indem sie einen Riegel vor die Geheimtür klemmte. Aber Lily dachte gerade an Ponys. Können wir das nicht einfach machen? Komm, mach mal. Hey, was soll das? Bist du das, Lily? Findest du das etwa komisch? Ja. Lass mich sofort hier raus. Nein. Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein Rapsmännchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Ich auch nicht. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut. Aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Und weg ist die Edna wieder. Und schon haben wir die nächsten Aufgaben vor uns, die wir im nächsten Part von HWs neue Augen bewältigen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.